Hi Leute, willkommen zu einem neuen Video. Vielen Dank fürs Einschalten. Ja, wie es der Titel schon sagt, wir sprechen heute über das Turnier vom vergangenen Samstag. Ich war am Samstag beim Kilian, beim Battlebeer in Kaiserslautern. Grüße gehen raus an euch Jungs von Battlebeer und Mädels und natürlich an dich Kilian als Organisator dieses Turniers. Ja, was gibt es zum Turnier selbst sozusagen? Es war geplant für 32 Personen. Leider sind wir nur auf 22 gekommen. Vom Datum war es einfach auch so, dass die Spielzeit gleich stattfande und parallel fand auch noch ein weiteres Turnier statt, was natürlich sich so ein Gegner ein bisschen die Spiele auch weggenommen hat, sage ich jetzt einfach mal. Aber ansonsten, das Turnier war geil. Also die Stimmung zwischen den Leuten war gut. Ich habe mit vielen Leuten einfach ein bisschen Smalltalk halten können zwischen den Spielen. Und ein kleiner Vorteil für mich einfach war auch, ich war sehr früh diesmal da, konnte dementsprechend auch für euch ein bisschen mehr filmen. Ich hatte auch ein bisschen mehr Zeit manchmal zwischen den Pausen. Mein Spiel in Runde 2 war etwas früher. Ich glaube eine halbe Stunde vor Spielablaufzeit fertig. Da hatte ich einfach auch mehr Zeit, ein paar Sachen zwischendurch mal aufzunehmen. Und generell auch vielen Dank an alle meine Spielgegner, die dafür so ein bisschen auch Verständnis einfach gezeigt haben und mir die Zeit gab, wenn ich mal kurz gesagt habe, hey, ich würde mal kurz im Campcourt drüber gehen. Kannst dir die Zeit nehmen für Gedanken sammeln, was willst du als nächstes gegen mich spielen, als Kalle zum Beispiel oder so. Vielen Dank für euer Verständnis dafür an alle drei, die gegen mich gezockt haben. Und ja, obwohl wir nur 22 Leute waren, hat es, wie gesagt, der Stimmung nicht irgendwie beschadet oder getrübt. Gegenteilig, ich fand es sehr gut, so wie es war. Würde auch sagen, dass dieses Turnier definitiv für Anfänger geeignet war. Ich weiß, ich möchte auch gar nicht gegen irgendeinen Bäschen, versteht mich nicht falsch. Es wird gerne rausgehauen. Und ich freue mich auch, wenn neue Spieler kommen. Keine Frage, aber manchmal finde ich es fast schon ein bisschen übertrieben, auch ausgedrückt, wenn man sagt, ja, hier Anfänger immer willkommen und so und ist ja gar kein Problem und so. Klar freuen wir uns alle über neue Spieler, die den Mut haben, mal auf ein Turnier zu fahren oder vielleicht auch dort das Spiel als lernen wollen. Gerade dafür wäre dieses Turnier sehr, sehr gut geeignet gewesen. Es waren, wenn man mal so guckt von der Anmeldung her, es waren nicht so viele starke Spieler da oder auch, ich sag einfach mal Turniere da. So nenne ich gerne Spieler, die einfach sehr turnierorientiert spielen oder einfach natürlich auf Effizienz achten bei ihren Listen oder auch Meta-Auswertungen beachten und so weiter. Ja, daher denke ich, wird dieses Turnier echt für viele, viele geeignet. Es war auch so, es waren einige dabei, die waren noch nie auf dem Turnier. Ich habe zum Beispiel in Runde 2 gegen jemanden gespielt, der war noch auf keinem Turnier und den hat es sehr gefreut. Und dann gehen wir auch nachher nochmal genauer drauf ein. Ja, ansonsten zu den Platten. Platten waren sehr gut. Es gab einige Platten zu sehen, die sind durchaus mal einen zweiten, dritten oder vierten Blick wert, definitiv. Ein paar Platten sind halt noch im Aufbau. Ich sehe aber auch, dass einige sich an den Plattenbau quasi gerade so herantasten. Von daher ruhig Mut dazu, ruhig weitermachen und manchmal sich auch ein bisschen hinterfragen oder ruhig auch mal sich trauen zu fragen, wenn doch Geländebauer vor Ort sind. Hey, wie machst denn du das? Oder vielleicht in ihre Videos reingucken. Dann kriegt ihr auch richtig tolle Platten hin, definitiv. Und ich finde es einfach schön, dass sich immer mehr an dieses Plattenbauen auch von Star Wars herantasten. Fällt mir einfach auch als Teil der Community. Daher würde ich jetzt sagen, wir switchen mal erst bevor wir weiter so. Also wir machen so. Ich lasse mal so ein bisschen den Film ablaufen, was es für Platten so zu sehen gab und kommentiere das so ein bisschen. Ja, hier die erste Spielplatte. Die ist von Kilian, von dem Organisator von dem Wissen Turnier. Mittlerweile kennt man die Platte, denke ich, auch aus einigen Bildern von ihm selbst. Denn er hat ja auch einen Instagram-Kanal, in dem man vielleicht seinen lieben Malenberg gepostet. Oder natürlich auch mein Battle Gear sich dann auch immer wieder zeigt. Ich finde manchmal nur bei deiner Platte, Kilian, so ein bisschen schade, dass so kleinere Geländestücke einfach... Vielleicht könntest du ja mal da wieder was upgraden. Ansonsten finde ich die Platte immer noch top. Jetzt kommt Spielplatte 2. Die hat mir auch gut gefallen. Allerdings ist es so ein bisschen ähnlich wie bei der Platte zuvor. Ich finde, es fehlen ein paar kleine Sachen. Einfach, ich finde die Bäume top, ich finde die Felsen top. Auch der ATSD fügt sich super ein ins Bild. Ich finde es cool, noch ein bisschen mehr Sträucher zu haben, weil die Platte ist ja sehr stark mit harter Deckung eigentlich versehen. Und es soll ja eher wohl ein Wald sein. Da finde ich so ein paar Sträucher und so weiter eigentlich noch ganz cool. Ja, die Scarlet-Platte ist von einem Spieler aus meiner Umgebung. Das ist die Platte vom Lukas. Jetzt muss ich auch ganz kurz sagen, Lukas, wo ich deine Platte noch im Vergleich sehe zu anderen Platten. Ich finde die echt top. Du bist ja jetzt nicht der große Geländerbauer, hast dich aber hier an diesen kleinen Palmwildern herangetastet und so weiter. Ich finde die Platte im Vergleich zu anderen echt top, trotz allem. Und finde es auch schön, dass du dich herangetraut hast, deine Geländer mal zu bemalen. Also es passt auf jeden Fall und kann sie auf jeden Fall sehen lassen zu anderen Platten im Verhältnis. Ich denke, bei der Platte hier, die ist noch ein bisschen im Aufbau, denn ein paar Gebäude sind etwas mehr gealtert. Zum Beispiel hier in der Mitte. Das Gebäude hat wesentlich mehr Alterungsprozess schon hinter sich als andere Gebäude außenrum. Ansonsten fahre ich die Platte so weit nicht schlecht. Ich würde nur ein bisschen kleines Gelände angstreich dazu packen. Und der Tisch Nummer 5. Wie so ganz Star Wars lastig? Es könnte eher eine verlassene Außenposten sein von Schmugglern oder Piraten. Und tatsächlich habe ich auch mit dem Plattenbauer darüber gesprochen. Soweit ich es jetzt gerade noch richtig im Kopf habe, spiele eigentlich eher Infinity oder Warhammer drauf früher mal. Also daher gar nicht so Star Wars lastig und dementsprechend nicht so stark an Gelände. Ja, die sechste Platte kennt ihr. Das ist meine Platte. Die kennt ihr aus verschiedenen Figurenpräsentationen oder vielleicht auch von einigen Bildern. Das ist meine für eine Muscha-Platte. Und hier die Platte, die war wohl auch noch eher am Aufbau. Sieht soweit ganz gut aus. Du hast schon ein paar Kisten, in denen du dich verstecken kannst. Ein paar Mauern. Ja, nur die Gebäude. Lieferrat noch ein bisschen lieber. Aber ich denke, man sieht, wo die Reise hingeht bei der Platte. Ist auf einem bisher ziemlich guten Weg. Vielleicht nochmal drei, vier Kisten. Dann wäre die Platte sehr rund. Die Platte hat mir auch sehr gut gefallen. Gerade diese drei Strohhütten da und so. Irgendwie, ich fand die Platte ziemlich cool insgesamt. Ich kann es euch nicht genau definieren. Also man kann halt zwischen den Brücken unten drunter durchgehen. Die ist hoch genug tatsächlich für Trooper und ich glaube auch für Speedbikes und so Sachen. Wenn man AT-Attic wird es vielleicht wieder ein bisschen eng werden, dann muss der Fahrer den Kopf einziehen. Ich weiß nicht, irgendwie hat mir die Platte gefallen, so wie sie ist. Umgästige Platten lasse ich jetzt erstmal unkommentiert. Denn es sind noch einige, die wir uns jetzt noch kurz anschauen. Ich weiß nicht, wie sie sind. So viel hat es zu den Spielplatten. Ich denke, ihr habt es sehen können, bei einigen Platten hat sich durchaus ein zweiter, dritter oder vierter Blick gelohnt. Und man sieht auch, einige Leute sind noch nicht ganz fertig mit ihren Platten. Da ist noch ein bisschen Arbeit. Ich habe jetzt auch ein paar Platten da kurz mal dazu kommentiert. Das ist nicht böse gemeint. Das sind einfach nur von mir so ein paar Tipps, die ich noch gebe als Plattenbauer. Ich habe jetzt immerhin schon bald fünf Platten fertig mit Kaschik. Kaschik ist auf einem sehr guten Weg, kann ich verraten. Ich wurde natürlich auch schon gefragt, ob ich Kaschik mitbringe. Aber da muss ich sagen, sorry Leute. Die wird so schnell nicht diese Räume verlassen. Das werde ich mir vielleicht für eines meiner Turniere erstmal vorbehalten. Mal sehen. Gleich lasse ich mich auch noch überreden. Ja, ansonsten, was gibt es so zu sagen? Mich hat es natürlich gefreut, dass euch meine Flusserblatt für die, die vielleicht mich neu entdeckt haben oder mich jetzt auch mal persönlich kennenlernen konnten, so gut gefallen hat. Vielen Dank für eure Komplimente. Das freut mich natürlich sehr und motiviert mich auch immer wieder weiterzumachen. Auch vielleicht zu sagen, hey, ich ergänze vielleicht nochmal was bei Felucia Seif. Ein Abgeschütz ist die Frage, was ich letztes Jahr im Frühjahr dann ja noch gebastelt habe. Oder so ein Wasserelement, so ein kleiner See oder was. Das sind so Dinge, durch das Feedback hat man Bock auch immer wieder zu allen Projekten auch zurückzukehren und ein kleines Upgrade reinzubauen. Deswegen der Gedanke vorhin an dich, Kilian. Vielleicht machst du bei deiner Genussplatte nochmal ein kleines Update. Das muss ja gar nicht so ultra viel sein. Ich sage mal drei, vier kleine Stalagmitten. Vielleicht mal ein anderes Frack zum Beispiel. Einfach so über das nächste halbe Jahr verteilt, sage ich jetzt einfach mal. Ich weiß, es ist eine Schweinearbeit. Ich denke, das kann, glaube ich, einer besser beurteilen wie ich. Ich weiß, wie viel Arbeit im Geländebau steckt. Nur so ein Gedanke einfach von mir an dich. Ja, ansonsten, was habe ich denn gespielt? Also das ist jetzt etwas weniger spektakulär. Das ist eigentlich genau die gleiche Liste wie im September. Also falls ihr das September-Video noch nicht gesehen habt. Ja, ich stelle euch jetzt einfach nochmal meine Liste im Kurzabriss vor. Dazu blende ich jetzt verschiedene Figurenbilder ein. Die kommen jetzt. Und zwar, ich habe gespielt. 97 Punkte mit diesen drei Charakteren. Zwei Commander, darunter General Kenobi mit Hartnäckigkeit, Machtreflexe und den Machtstoß. Der wurde unterstützt von einem generischen Clone Commander. Der hatte nichts anderes dabei als Wachsamkeit. Und, ja, der tapfeste Drill im ganzen Star-Universum, R2-D2, war auch mit am Start, um meine AT-RT zu heilen und natürlich die Geheim-Missionen spielen zu können. Unterstützt wurden diese drei Jungs von drei Korpseinheiten. Das war einmal eine Phase-1-Truppe mit dem Wolfsrudel, dem 114. vom Blockoon. Die hatten nichts dabei, die sind einfach nur da. Dann habe ich noch dabei gehabt, in Phase-2-Klone, im Ahsoka-Schema, mit einem Z6-Rotationsblaster. Ja, sonst nichts. Die sind einfach für Vorderstützung mit dabei. Und dann hatte ich noch mit dabei eine Phase-2 angeführt von den Fives und von einem Klonsanitäter begleitet. Also, Klonsanitäter soll da einfach mal, wenn es irgendwo kritisch wird, zum Beispiel bei General Kenobi, oder vielleicht auch eine schwere Waffe heilen können. Ansonsten, das Tolle einfach bei den Klonsanis ist tatsächlich mittlerweile, für mich finde ich, die ballern halt einfach mit. Die sind nicht nur da und spendieren Lebenspunkte, die schießen auch mit. Dieser eine schwarze Würfel ist manchmal echt auch nochmal Gold wert. Dann habe ich noch dabei zwei kleine Arc-Teams, die als Sniper quasi fungierten. Immer diese Zweimann-Truppen da. Einfach, wie gesagt, Long-Range-Waffen und versuchen, nervige Einheiten zu vernichten oder vielleicht den letzten Lebenspunkt irgendwo abzuknüpfen. Und im Abschluss bilden wir zwei kleinen Kampfläufer. Ich meine, ich glaube, bei Clone Wars gibt es nichts Ikonischeres als diesen Kampfläufer bei den Klonen. Daher war das nochmal Muss für mich. Die haben auch keine Waffen dabei gehabt. Und ja, manchmal haben die Gegner es auch ein bisschen unterschätzt, was die trotz keiner Waffenoption anrichten können. Wie gesagt, 97 Punkte. Und ja, ich wollte die Liste einfach nochmal spielen. Ich bin natürlich auch heiß auf die Kashyyyk-Welle mit Yoda, den Wookie-Sachen und so weiter. Und da mich ein bisschen rumzuprobieren. Da habe ich mir gesagt, okay, ich werde die Liste auf jeden Fall jetzt nochmal spielen, bevor jetzt die Kashyyyk-Welle ranrollt. Ich habe jetzt zufällig gestern mitbekommen, dass wohl im Laufe dieser Woche die Spinn-Druiden bei den Händlern eintreffen sollen zum Wochenende. Und auch diese Wookie-Copter, nenne ich sie mal, diese Knars-Schwerflüge oder irgendwas. Schaut mal bei euren Händlern. Kann sein, dass sie die wirklich in den nächsten paar Tagen jetzt bekommen. Mich freut es. Wie gesagt, ich bin auch heiß auf die neue Wille. Deswegen habe ich mir gesagt, okay, ich werde auf jeden Fall nochmal diese Läuferliste spielen. Hi Leute, wenn ihr mehr sehen wollt, hier auf dem Kanal unbedingt abonnieren. Mann, Dirk, du hast schon wieder vergessen. Kommentieren und liken nicht vergessen. Dankeschön. Danke. Ja, kommen wir dann mal zum ersten Spiel. Runde 1 habe ich spielen müssen gegen den Steve. Der hatte eine Droidenarmee ins Feld geführt, darunter ein Taktik-Droide, ein Panzer mit einem Fehl-Commander drin. Also hat er sogar zwei Commander, sowohl einen im Panzersitzen, wie auch diesen Taktik-Droiden als normaler Trupper quasi. Der unterwegs war. Er hatte dabei jede Menge B1-Droiden, ausgerüstet mit zwei Reparaturbots. Er hatte zwei Raketenwerfer dabei, er hatte viele normale Extra-Truppler dabei. Und dann hatte er noch dabei in seiner Armee zwei Scham-Schützende-Teams von den B1-Droiden in klein und drei Steps mit verschiedenen Ausrüstungsoptionen. Ich glaube, es war linken Targeting-Array bei 2 und bei dem anderen weiß ich es gerade nicht 100%, was drin war. Vielleicht war es der Coms-Gamer. Ich weiß es nicht sehr. Bevor ich jetzt was Falsches sage, lassen wir das mal. Er kam also so auch auf 10 Aktivierungen. Gespielt haben wir auf dem Tisch 11. Tisch 11, ich weiß nicht, wie ihm die Platte gehört. Ich meine es auch nicht böse. Die Platte braucht ja noch ein bisschen Liebe. Also was mache ich damit, um es mal ein bisschen auszuformulieren? Großgelände passt. Das ist okay mit den Baumstämmen, mit den Mauern und so weiter. Ich hoffe einfach, dass da noch ein bisschen kleines Gelände dahinter, der dazukommt. Denn im Moment ist es so bei der Platte einfach so ein bisschen, entweder ich verstecke mich und schieße nicht, oder ich komme raus, schieße, werde erschossen. Da wäre es cool, wenn da noch ein bisschen kleines Gelände dazukommt, so ein bisschen Buschzeug und so Sachen, dass nicht dieses Ganze so ein Hit-and-One-Ding ist, sondern man einfach auch wirklich so, ja, ich hoffe, ihr versteht, was ich meine, weil so ist es wirklich einfach nur, ich verstecke mich, schieße dafür nicht und ist auf einem guten Weg, aber daran fehlt es halt einfach noch ein bisschen. Und man sieht einfach auch, dass die Platte, denke ich, mein Eindruck einfach noch weit im Aufbau ist. Wie gesagt, verpasst dem Ding fünf, sechs Sträucher und die Platte wird ein rundes Ding und macht das Spiel auch ein bisschen spannender, so auf dem Gelände an sich, weil man einfach verschiedene Sachen hat, mit denen man interagieren kann und nicht so viel Großes und Schweres. Ja, die Platte, ich war rechts unten bei der Platte und wir haben gespielt Schlüsselposition, sprich wir umkämpfen drei verschiedene Geländestücke, eins in der Mitte platziert und jeder nochmal eins für sich ausgesucht. Ich wähle da einen Baum, der in der Nähe von der Mitte war, der war so eineinhalb Range-Ruler entfernt oder Reichweitenstäbe entfernt. Diese legionale Mauer war so ein bisschen mein Vorteil. Ich habe dann schnell den Plan gehabt, okay, ich werde mich hinter dieser Mauer versuchen zu verschanzen, was meine Liste tatsächlich nicht gut kann. Dafür habe ich nicht allzu viele Lebenspunkte, um sowas zu tun. Ja, ich habe es dann trotzdem gemacht. Es hat auch recht gut funktioniert und tatsächlich war es später eine Entscheidung, die mir wahrscheinlich das Spiel gekostet hat. Gehen wir nachher nochmal drauf ein. Ansonsten, wie gesagt, ich bin recht früh vorgerückt, habe mir den AT-RTs auch nochmal ein bisschen Sichtblocker gebildet, sprich Leichentdeckung für meinen Truppler aus Ecken, an denen man halt dran vorbeischießen konnte bei der Mauer oder bei den Bäumen. Er ist mit seinem Panzer vorgerückt und mit den Steps. Die Steps konnte ich, glaube ich, auch bis zum Anfang, in der Runde 2, alle platt machen. Allerdings habe ich meinen Kenobi durch einen sehr guten Wurf von ihm recht schnell verloren. Ja, Kenobi hat plötzlich, ich glaube, in der Runde 3 war es schon, vier Treffer kassieren müssen. Da hat mir auch mein Ausweich nicht gebracht. Und plötzlich war der Meister schon eins mit der Macht. Ich konnte ihn dann natürlich auch nicht mehr heilen, weil einfach schon sein Wert erreicht war. Ich habe mein Feuer versucht, direkt auf dem Panzer, solange ich noch nichts im Angebot hatte, in Runde 1 zu eröffnen. Habe aber auch recht schnell mehr okay. Nach Kritz fischen, das wird heute nichts, auch mit den Schlagwörtern vom AT-RT in Kombi. Kam da nicht so viel beim Panzer rum. Dann, als die Steps im Angebot waren, habe ich die Steps halt einfach rausgenommen. Und ansonsten, das Spiel lief recht zähe an einigen Stellen. Also er hat gewürfelt, das war abartig. Die B1-Truiden waren keine B1-Truiden. Also die weißen Würfel haben irgendwie immer ein Schildsymbol gezeigt. Egal, wann ich drauf geschossen habe, waren die B1 irgendwie trotzdem noch da gestanden. Und ich habe eine B1-Echen, glaube ich, komplett ausgelöscht. Ich habe sie immer auf so ein, zwei Modelle reduziert. Und dann hat es auch meistens sich so hingezogen mit denen. Ja, und was hat mein Spiel so gekillt wahrscheinlich? Ich hätte mit R2 schlichtweg einmal die Aktion Bereitschaft machen müssen. Ich war kurz vor der Aufschlungszone meines Gegners. Dann hätte ich Geheimmissionen flickern können. Der kleine Mann war auch noch mit vier Lebenspunkten am Start. Und ja, einmal eine falsche Entscheidung getroffen. Und dann ging das Spiel für Steve aus. Glückwunsch trotzdem an dich. War ein gutes Spiel soweit. Aber ja, das mit dem R2, kennt ihr das? Ihr trefft eine Entscheidung. Seid soweit durch. Und dann beginnt der Gegner zu ziehen. Deckt auf, also bevor er euch zeigt, hier, das ist jetzt dran, fällt euch auf, Mist, du hast gerade total in den Bock geschossen. So ging es mir mit R2. Und ja, wie gesagt, Glückwunsch nochmal an dich, Steve. Gutes Spiel. Und ich freue mich schon, wenn wir uns das nächste Mal sehen. Und ja, vielleicht eine Revolve. Boah, Standkrieg. Kommen wir nun zu Spiel 2. Das zweite Spiel war gegen einen Fan tatsächlich dann auch. Der hat dann auch gesagt, hey, ich gucke auch deine Videos. Ich kenne dich von YouTube und so. Hat mich dann ultra gefreut, gegen jemanden zu spielen, der mich einfach auch hier ein bisschen verfolgt. Grüße gehen raus an dich, Patrick. War ein tolles Spiel gegen dich. Was hat Patrick gespielt? Also nächstes Mal, wir haben tatsächlich noch, kleiner Bonus wahrscheinlich für ihn vor allem, auf meiner Platte gespielt. Also er konnte gegen mich auf meiner Spielplatte spielen. Das fand ich dann gerade für ihn irgendwie sehr cool, wenn man dann erfährt, dass er auch so ein bisschen dich verfolgt. Und ja, war auch für mich ein interessantes Gefühl. Und ja, natürlich fällt es einem kein, das braucht man, glaube ich, nicht verheimlich. Ich glaube, das sieht man mir auch gerade an. Was hat jetzt aber Patrick gespielt? Patrick hat eine Imperiumsliste gespielt, mit Darth Vader als Commander, zwei Tau-Rücken, einem E-Welt-Blaster, Bosk als Agentenauswahl, mit Jäger als Ausrüstung. Das fällt mir gerade noch ein. Dann hatte er noch, ah ja, genau, zweimal Küstentruppler gespielt, mit Mösser. Also nur, hab ich jetzt irgendwas vergessen? Lass mich mal kurz durchziehen. Nee, es waren nur neun Aktivierungen. Ja, ich glaube, von der Liste war es nicht schlecht. Ich glaube aber, Patrick an sich kurz, er hat auch gesagt, es ist sein erstes Turnier also. Wir hatten einige Spieler dabei, die sind auf dem ersten Turnier gewesen und Patrick Wahl einer von denen. Er hat viele Sachen gut gemacht. Ich glaube nur, in seine Liste passt das E-Web nicht ganz rein. Ist so meine, ja doch, ich denke, am Schluss war es echtes E-Web, wo ich dann so sagen kann, ja, das interessiert mich nicht so. Das schieße ich einfach von Long Range über den Haufen, mit meinem Arx zum Beispiel oder mit meinem AT-AT, der hat ja etwas Panzerung, der kann da auch mal ranlaufen. Besser wie meine Klone. Deswegen würde ich da eine AT-AT vorschicken in dem Moment, um das Ding auszuschalten. Also glaube ich, dass das E-Web so ein bisschen ein Knackpunkt in der Liste auch war. Was hat er ansonsten gut gemacht? Auf jeden Fall hat Patrick gut gemacht, dass er seine Taurücken recht früh vorgejagt hat. Und dann schon, ich glaube, in Runde 2, doch, in Runde 2 war er schon bei einem meiner Klontruppen, dieser Ahsoka-Klone, hat er komplett ausgelischt, auch dann mit dem ersten Angriff bis auf den Squad Leader. Den hat er dann später auch noch gekriegt. Gerade dieses schnelle Vorrücken mit dem Taurücken war sehr gut und hat mich auch dann doch früh unter Druck gesetzt. Meine AT-AT, das ist irgendwie so Imperiumsdien von euch, also ihr imperialen Spieler hier mit euren Mössern, was ihr da würfelt, ist irgendwie immer abartig. Die Mösser haben meine AT-ATs klein geholzt und so einer davon war glaube ich schon in Runde 2 weg. Der zweite Läufer hat noch bis Runde 3 geschafft, meine ich. Den konnte ich noch einmal reparieren, sogar mit R2 und trotzdem kamen wieder direkt zwei Schaden an. Echt faszinierend, wenn eure Mösser da rum waren. Das verstehe ich, also nicht mit den weißen Würfeln bei den Mössern. Auf jeden Fall war es dann so, dass wir haben Bombenwagen gespielt und bei ihm war das Problem, er konnte den Bombenwagen in Runde 1 nicht nach vorne fahren, weil kein Truppler in der Nähe war, wo einfach ausreichend nah war. Ich konnte meinen Bombenwagen hingegen immer wieder fahren, am Schluss konnte ich dann auch das Spiel für mich gewinnen. Mit 3 zu 0 glaube ich war es dann tatsächlich auch von der Wertung, weil sein Bombenwagen kam nie im Ziel an. Ansonsten war es auch, dass ich ihn mehr oder weniger über den Haufen geballert habe, tatsächlich. Ich glaube am Schluss hat er bloß noch den Mösser stehen gehabt und Darth Vader. Darth Vader hat natürlich auch gemetzelt, also der hat ganz so Rogue One Schema mäßig meine Klone ausgerüst mit Fives angeführt. Der hat die alle über den Haufen geballert, geschnetzelt kann man sagen. Den Klon-Commander hat er auch noch weggeräumt von der Platte und mein Kenobi war auf der Flucht, ist aber noch nicht von der Platte geflutzt. Also es hat noch eine Bewegung gefehlt in Runde 6, sonst wäre er vom Tisch gewesen, aber die hat er nicht mehr gemacht, gehabt. Faszinierend. Ja, war auf jeden Fall auch ein schönes Spiel gegen dich, Patrick. Vielen Dank dafür und wir waren etwas früher fertig mit der Zeit, da konnten wir noch ein bisschen klauschen und es war einfach interessant zu hören, zu sehen, dass mich noch jemand aus meiner X-Wing-Zeit kennt. Ich habe ja X-Wing 1,2,0 gespielt auf Turnieren auch und habe dann ab 2016 kurz nach der DM gesagt, jetzt reicht's. Bei X-Wing war so irgendwann so ein wildes Problem, egal wo man hingefahren ist, es sind einem immer dieselben Listen begegnet und das hat mich persönlich einfach bei X-Wing irgendwann gelangweilt, da war für mich kein Ansporn mal da, also wenn ich irgendwie nur das gleiche sehe, reizt es mich das einfach nicht mehr dagegen zu spielen auch und ja, brauche ich dann einfach nicht. Auf jeden Fall, wie gesagt, cooles Spiel gegen dich, Patrick, ich hoffe, du bleibst dran. Mir haben übrigens seine Taurücken gefallen von der Bemalung und man sieht auch, da gibt es dir echt Mühe mit den Figuren und da haben wir auch noch ein bisschen drüber gequatscht. Ja, bleib da dran beim Malen und ich freue mich schon auf ein weiteres Spiel gegen dich in Kaiserslautern hoffentlich. Gut, kommen wir dann nun zum dritten Spiel. Spiel Nummer 3, das war gegen Guan Yu alias Moritz und hat sich herausgestellt, dass der Moritz ein Kumpel ist von einem meiner Leute hier aus Umkreis Karlsruhe, der hier in der Spielergruppe ist, vom Lukas. Das ist der Kollege mit der Scarif-Platte, mit diesen zwei Turbolasern. Ja, mein Spiel gegen Moritz also. Ja, wir haben auf seiner Platte witzigerweise gespielt, das ist diese rückliche Matte mit den ganzen Lagerhallen und so weiter. Er hat eine Republikliste gespielt und das war eher der Kontrast zu meiner. Meine Liste ist ja doch flexibler von den Bewegungsmöglichkeiten auch und nicht so statisch. Er hat halt eine Gunline gespielt mit Rex als Commander, einen normalen Klon-Commander, er hatte Padme dabei als Support, er wollte unbedingt mal Padme ausprobieren, weil ja bei ihr ist es ja so, dass sie ihre Tokens auf Reichweite 1 bis 2 teilen kann durch die Funktion Vorbild. Und das Gute halt auch bei Padme ist, die kann es jede Einheit geben. Das ist nicht auf nur Klon-Soldaten beschränkt, da hält auch der AT-RT was davon oder auch natürlich Obi-Wan Kenobi oder Anakin, egal. Gespielt haben wir die Mission Übertragung Abfang, also demnach drei Posten, die wir halt in Reichweite 1 einnehmen mussten und dementsprechend Punkte kassieren in 2, 4 und 6. Das Spiel konnte ich für mich entscheiden mit, ich glaube, am Schluss waren es 7 zu 1 oder 5 zu 1. immer gerade nicht ganz sehr. Auf jeden Fall ging das Spiel für mich aus. Ja, was ist so passiert? Er hat natürlich versucht, das Feuer recht früh zu eröffnen, indem er mit Racks und ein paar Klonen vorgescout ist, hat auch dann dementsprechend Feuer rein geknallt, das ist leider etwas untergegangenes Feuer bei mir, also so viel kam da tatsächlich zu meinem Glück nicht an. Ich habe relativ früh ein Arc-Team auf dem Dach von dieser großen Lagerhalle ausgeschaltet, er wiederum dann in Runde 2 eines meiner Teams, was etwas sehr eifrig von der Flanke versuchte ihn zu bekämpfen, was aber trotzdem gut für mich funktioniert hat, denn dank der Arcs, die über die rechte Flanke gekommen sind bei ihm, hatte ich halt einfach ihn ohne Deckung vor mir und konnte damit Feuerstützung meiner anderen Klone mit den Phase 2 Klonen mit dem Z6 zum Beispiel richtig krass eine Salbe reinhauen in sein eines Arc-Team, was sechs Mann stark war. Das hatte übrigens Moritz bei sehr viel in seinen Teams, er hatte verschiedene schwere Waffen dabei und aber auch Extraklone dabei, wie zum Beispiel den Aufklärungsexperten, den er dann erschöpfen kann für ein extra Ausweichen oder ein Zielmarker. Also demnach sehr viele Trupps mit sechs Modellen und das war auch, das war schon heftig. Ich hatte einfach nur Glück, dass er nicht so gut würfeln konnte mehr an dem Spiel oder das Würfelglück nicht mehr so hold mit ihm war und das Feuer dementsprechend gar nicht so krass bei mir ankam. Mit Kenobi bin ich irgendwann vorgestürmt, so ab Runde drei circa habe ich mich vorbewegt und habe dann seine Klone auch in Nahkampf versetzt. Ich glaube ab Runde drei müsste es losgegangen sein damit. Habe dann zwei einheilige Klone kleingehauen, war irgendwann auch mit Kenobi eingekesselt zwischen seinem Klonkommander, dem Pfeifestrupp von ihm, den er in der Phase eins drin hatte. Einem weiteren Klondruck glaube ich war es sogar noch und irgendwann kam noch sein Kampfläufer dazu, denn auch Moritz hatte einen einzelnen AT-AT dabei. Ja, und diese AT-AT hat auch Kenobi irgendwann zertreten, aber da war das Spiel eigentlich schon für ihn gelaufen, weil meine Klone haben immer wieder reingeholzt, wenn sie irgendwas sehen konnten, haben einfach die Aktivierung weggenommen. Das war einfach der Knackpunkt. Ich habe ihm die Aktivierung genommen, damit konnte er dann mit keinem Truppler mehr mehr in den Missionsziele großartig bedrohen und das hat mir auch einfach das Spiel dann eingebracht. Ja, ansonsten, super Spiel ging nicht Moritz, mich freut es auch, wenn wir wieder mal spielen können. Wir haben auch noch eine ganze Weile drüber sinniert, was er so über die Republik denkt, also er ist ja neu bei Star Wars Legion, er lernt das Spiel auch eher auf Turnieren, er ist schon Tabletop-Spiele durch Infinity zum Beispiel, was sein Hauptsystem ist und daher sehr versiert, was Turnierspiele auch geht oder Taktikspiele mit Tableports, Minion-Turns und so weiter. Hat man auch sehr angemerkt, er macht sich auch echt den Kopf, was er bei seiner Liste so zusammen klickt und hat man auch gespürt, es war halt nur Müffelglück schlichtweg teilweise, dass es bei mir gut funktioniert hat, dass beziehungsweise bei mir nicht so viel Feuer von ihm angekommen ist. Ich habe meinen Beschützer zum Beispiel kaum gebraucht bei Kenobi gegen Moritz und wer weiß, vielleicht wäre ich mit Kenobi gar nicht so lange im Nahkampf vorne gewesen, dann hätte Kenobi vorher schon ein paar Treffer eingefahren, die er dann nicht blockt. Ja. Gut, so viel als zu spielen war jetzt doch sehr ausführlich, aber wir haben noch ein bisschen Material, was ich euch zeigen kann, denn es war so, dass Kilian etwas Zeit hatte und ich konnte mal kurz Kilian etwas interviewen, also daher switchen wir jetzt mal zu dem kleinen Interview mit dem Organisator des Turniers, Kilian, bis gleich. Ja, wie ihr wisst, bin ich ja hier zu Gast bei Kilian beim Battlebeard, erfahren schritten Turnier in Kaiserslautern. Hallo. Neue Location, geile Location, ganz klar, und viel Luft noch nach oben, was wir erreicht haben. Im Herzen von Kaiserslautern ein riesen Stor, du hast einfach super viel Spielfläche. Auch schöne Möglichkeiten, die Pause zu verbringen, außen oben. Da haben wir echt schon einen Checkpoint gezogen. Glücksgriff, also geht gar, also für mich jetzt aktuell, ich bin jetzt das ja natürlich hier 2021 nicht so viel unterwegs gewesen auf Turnieren, aber jetzt hier im Südwestraum, sage ich mal, umkreist drei Kilometer um Karlsruhe, drei Stunden Karlsruhe-Fahrzeit, echt top. Also viel besser wird es auch nicht, sei denn du gehst dann halt, vor allen Dingen dadurch, dass wir halt den Laden haben, zahlst du keine Miete, was immer das Problem ist. Das ist mein Problem gerade vor allem, das suche ich ja wie blöd gerade. Und bevor du irgendwie so Richtung Veranstaltungshalle oder Hotel gehst, das kommt schon nicht. Sehr gut, also wir machen heute, was nehmen wir heute an, Leute? Wir sind jetzt 22. Option war? Option war 32. Hätten wir auch reinbekommen. Ja, definitiv, kann ich bestätigen. Kriegen wir hin, müssen wir noch ein paar Tische kaufen, aber kriegen wir hin. Aber so ist es jetzt echt schon ganz gut. Wir hatten jetzt leider das Problem, dass der Daniel zeitgleich was gemacht hat. Zeitgleich auch noch was macht. Und die Spiele. Und die Spiele, genau. Das wollen wir demnächst auch noch ein bisschen besser organisieren, aber das kriegen wir dann nächstes Jahr auf jeden Fall hin. Gehen wir mal ein bisschen an die Glaskugel rein. Was ist denn das, was du bis zum nächsten Mal gerne auch verbessern wollen würdest? Man hat ja manchmal doch so, weiß ich, einen Tisch mehr selber vielleicht stellen können, vom Laden zum Beispiel, oder? Ja, also wir hatten jetzt dieses Mal schon ein bisschen Problem mit dem Gelände. Einfach weil wir haben drei Tische quasi im Laden, die zwar auch von Privatleuten sind, aber die stehen immer im Laden. Von daher sind wir dann doch auf Gelände von anderen Leuten einfach angewiesen. Und es war dieses Mal so, dass ich relativ spät erst wusste, wie viel Gelände ich bekomme. und dann sitzt du natürlich so ein bisschen auf glühenden Kohlen als TO, weil du denkst, ah shit, wenn ich jetzt irgendeinen Tisch nicht stellen kann. Oder spontan einer deiner Jungs hier lokal dann doch noch rumkommt. Genau, dann kriege ich halt ein echtes Problem. Also Gelände würde ich gerne noch machen. Da würden wir auch gerne ein bisschen was auf Twitch so mit Stream-mäßig machen. Das wäre die nächste Frage gewesen. Hast du da echt, also deine Jungs seid ja eh immer gerne auf Insta und Alex und auch auf Twitch, ob da die Option auf dem Top-Tisch als Streamer da ist. Also das haben wir auch. Also wir haben gegenüber von uns jetzt gleich das YouTube-Studio. Wir haben auch die Möglichkeit, da mal was zu streamen. Da soll auch noch so eine Traverse reinkommen, dass du wirklich Vogelperspektiven von oben hast. Das wäre natürlich ganz cool. Ja, aber gerade so eine Geländebauserie, die wollen wir eigentlich, also ich will sie eigentlich am Ende vom Jahr würde ich sie schon ganz gern starten. Wie ich? Ja. Ich würde auch gerne so eine Industrieplatte bauen, weil wir halt auch viele 40K-Schmieder da haben. Und dann hätte ich gerne was auf 40K. Oder bleibst du bei Lidchen, wenn du jetzt gerade so ein Medium machen zwischen beiden? Ich hätte gerne was, was ich auf beide Sachen stellen kann. halt ohne diese ganzen Insignien und Gedöns, sondern einfach so random Industriegelände hätte ich ganz gerne. Und gerade so Corellia ist ja so ähnlich. Ja, ist ja Industriewelt. Also die macht ja nichts anderes da, als Emos zu produzieren, exportieren. Genau. Und daher. Cool. Also mir gefällt es heute mega bei dir. Das war richtig. Gerne wieder. Heute auch nicht so Assi-Verbindungen hier rüber gehabt mit der Bahn. Das war ja im September gerade das Ding. Ich war wirklich einer der ersten sogar tatsächlich heute. Hat mich überrascht. Ich dachte, Matthias, man ist jetzt nicht dein Ernst, wir sind die ersten so ziemlich fast. Ja. Cool. Wir switchen jetzt wieder raus. Vielen Dank für die kurze Zeit, die du dir genommen hast. Gerne. Ihr habt jetzt auch noch mal Eindruck, was hier so auf euch wartet. Also nutzt auch mal die Chance, hier runter zu kommen und euren Horizont auch, was die Legion-Welt so ein bisschen bietet, zu erweitern. Ja. Danke dir, Kilian. Und wir, Jack, sehen uns bald wieder. Macht's gut. Macht's gut. Ciao, Leute. Ciao. Ja, ich hoffe, euch haben die Eindrücke von Kilian soweit gefallen. Ich fand es cool, dass du hier kurz Zeit nehmen konntest. Ich glaube, wir hatten bei den Runden zwei ein bisschen früher unsere Spiele fertig. Da war es echt schön, dass wir den Moment kurz nutzen konnten und da eine Kleinigkeit so aufnehmen konnten. Und ich finde es einfach auch cool zu sehen, was denn so die Glaskugel beim Battle Beer vielleicht bringen wird. Bin gespannt, was du vielleicht in einem halben Jahr so noch umsetzen kannst. Manche Prozesse brauchen halt einfach auch mehrere Wochen, bevor die funktionieren. Gerade wenn du jetzt hier das Thema Geländewaun nochmal anpeilst, zum Beispiel einen weiteren Spieltisch vielleicht zusammenbekommst für deine Turniere künftig. Ich weiß es ja selbst. Also bei meinen Projekten sitze ich ja auch manchmal zehn, zwölf Wochen dran. Während ich sie umsetze. Weiß für euch, wirkt es nicht mehr so strange, aber bringt dann schon wieder keine Folge zu Kashyyyk. Es dauert einfach seine Zeit, weil selbst wenn ich das gebastelt habe, das Schneiden ist mindestens nochmal genauso bis doppelt so lang. Ich will das ganz sehr für euch möglichst kurz halten, dass ihr das überhaupt euch anguckt. Denn ich glaube, zwei Stunden mir beim Basteln zu gucken oder eine Stunde, das macht keiner. Dafür haben die auch alle irgendwo die Zeit nicht mehr. Ja, aber es gibt noch ein Interview und dazu switchen wir jetzt. Viel Spaß dabei. So Leute, ich habe mir mal jemanden gestoppt aus der Spielergruppe Umkreis Karlsruhe. Erstes Turnier, glaube ich, für dich? Ja, korrekt. Was ist dein Eindruck vom Turnier hier bei Kilian in Karlslautern im Bettelbieren? Ich bin super glücklich. Also es sind mehrere Faktoren. Zum einen, die Location ist der Hammer. Man hat richtig schönen Platz. Der Laden ist schön hell. Man tut sich nicht dauernd irgendwie anstoßen. Die Mitspieler waren der Wahnsinn. Ich habe drei Spiele gemacht. Alles super nette, angenehme Kollegen. Gegen Cup zwar nicht irgendwie, dass es mega stressig ist oder man auf jede Regel kleiner Feinheit guckt. Entspannende Spiele macht, klachte, zwischendurch blöde Witze gemacht. Ich bin sehr, sehr zufrieden. Drei Runden haben wir heute gespielt. Wie ist es so für dich ausgegangen? Das erste Spiel habe ich gegen Separatisten auf den Sack bekommen. Da war es zum Schluss. Aber doch ziemlich knapp. Er hat mir mit Vader einen Laufweg durchgestellt. Dann konnte ich mit Vader nicht einen Durchbruchpunkt erreichen. Dann hat er 1-0 gegen mich gewonnen. Ganz, ganz knapp. Aber hat er clever gespielt. Die zwei weiteren Spiele habe ich gegen Imperium gespielt. Selber als imperialer Spieler hatte ich dann einfach sehr, sehr starke Listen. Also ich hatte eine gute Antwort auf denen ihre Liste. Konnte dann mit Vader ihre Infanterie brutal zusammenschlagen. Sagen wir, wie es ist. Und hatte dementsprechend sehr viel Spaß, weil Vader das gemacht hat, was er sollte, nämlich Infanterie abschlachten. Ihr seht es gerade, was ich in der Hand habe. Also im Turnier war es so, wenn wir an den Spieltischen sind, mussten wir diese nicht tragen. Wenn wir uns im Laden bewegt haben, sei es Toilettengang, sage ich mal, oder Getränke holen an der Kasse, dann hat man die einfach angezogen. Das sei noch dazu gesagt. Also ich hatte auch spannende Spiele. Das seht ihr nachher, wenn ich darüber kurz eingehen. Ansonsten, was nimmst du mit für das nächste Turnier? Was war jetzt dein erstes Legion-Turnier? Gegen Separatisten vorsichtiger spielen. Separatisten, ja. Ich habe mich zu weit vorne aufgestellt und das wurde so hart bestraft und die beiden Panzer und Steps sind einfach super nervig. Aber ich habe auf jeden Fall Bock. Es hat auch Spaß gemacht. Ich bin positiv überrascht. Genau. Okay, dann danke dir, Lukas. Wir sehen dich nochmal wieder zu einem anderen Video. Das nehmen wir jetzt gleich in Anschluss auf. Ja, und ansonsten, wir sehen uns gleich wieder bei mir daheim. Bis gleich. Bis gleich. Hey, hast du eigentlich schon abonniert? Kommentiert habe ich auch noch nicht. Und wahrscheinlich auch noch nicht die Glocke aktiviert. Geliked auch noch nicht. Unbedingt machen. Ja, danke für deine Eindrücke, Lukas. Und ich hoffe, jedem Turnieranfänger nehmen wir hier damit auch so ein bisschen die Angst. Also, ich kann nur sagen, der Weg zum Battlebeer würde sich für jeden Turnieranfänger oder Neueinsteiger lohnen aktuell. Denn, sagen wir so, hier bei uns im südwestlichen Raum unten sind es nicht so viele starke Spieler. Bei uns finden einfach leider noch weniger Turniere statt wie weiter oben, NRW und im Norden. Daher traut euch ruhig hier in der Umgebung mal auf ein Turnier zu fahren. Ihr lernt auch jede Menge nette Leute kennen. Ihr könnt Kontakte knüpfen mit anderen Spielergruppen. Vielleicht trefft ihr auch Leute aus eurer Umgebung dort, die das Spiel auch spielen, die aber auch nicht so in Facebook zum Beispiel unterwegs sind. Daher Appell an alle, traut euch mal ruhig auf so einen Abend mitzugehen. Und ich hoffe an meine Kalzruhe-Jungs, dass ihr öfters mitgeht, weil ich für mich fand es toll, mit meinen Kalzruhen-Leuten auch unterwegs zu sein und mal Turnierschluft gemeinsam wieder zu schnuppern. Es waren einige dabei, die waren schon auf Turnieren, die waren jetzt aber natürlich aufgrund der Pandemie lange nicht mehr aus dem Haus. Und Lukas hat ja eben selbst gesagt, war sein erstes Turnier und ich denke mal, hat es ihm angesehen. Der war mehr als nur happy auf dem Turnier. Ich für mich fand es schön, dass ich während des Spiels einfach viel Zeit hatte, mit den Leuten quatschen zu können, sei es über Sachen, die ich so mache, sei es über das Spiel oder über das Turnier, was gerade am Tag so läuft. Hat mir einfach jede Menge Spaß wieder gemacht. Vielen Dank nochmal an BattleBear und an Kilian, an die Organisation des ganzen Sachen, für die Organisation der ganzen Sache. Sorry. Ja, ich werde auf jeden Fall wieder das sein. Ich habe ja auch munkeln hören, dass du vielleicht nochmal aus Bernsburg dieses Jahr. Muss mal gucken, je nachdem, wann du das reinballerst, bin ich vielleicht auch nochmal am Start. Mal schauen. Ja, wie ist eigentlich mein Turnierergebnis gewesen? Haben wir jetzt noch gar nicht darüber gesprochen, ne? Ja, also ihr habt ja gesehen oder mitbekommen vorhin, ich habe zwei Siege eingefahren und einen Sieg verschenkt durch einen falschen Gedanken mal kurzzeitig. Es wäre aber, muss ich klar sagen, das ging jetzt so, als sei es nur die eine Aktion gewesen. Hätte das mit R2 funktioniert, soweit, wovon ich ausgehe, wäre es immer noch sehr knapp gewesen, denn dann hätte man die Abschüsse auswerten müssen und mein Kenobi hat halt viele Punkte im Steven spendiert. Die beiden AT-AT waren irgendwann weg, also demnach wäre es punktetechnisch, nur nach Abschüssen, wahrscheinlich trotzdem zu Steven rüber geschwappt vom Sieg her. Deine B1 wollten ja nicht umfallen. Ja, also, ich habe am Schluss des Tages den Platz 5 gemacht, war bester Republikspieler tatsächlich noch an dem Tag. Klinger hat für jeden Besten der einzelnen Fraktion noch einen kleinen Extrapreis rausgehauen. Dann gab es natürlich noch einen Preis für die einzelnen Platzierung selbst. Wie gesagt, bei mir wurde es Platz 5, ich war bester Republikspieler. Platz 1, ganz kurz, war ein, wir hatten übrigens auf dem ganzen Turnier im Vergleich zu September sehr, sehr viele Droiden-Spieler. Im September waren es, ich glaube, drei Droiden-Spieler und gefühlt jetzt bei dem Turnier war es irgendwie jeder dritte Droiden-Spieler. Also irgendwie ganz strange. Platz 1 war eine Droiden-Armee, ich kann jetzt da nicht die genaue Armee-Konstruktion nennen, es war auf jeden Fall eine Armee aus Creus und Darth Maul. Keinerlei Panzer oder so irgendwas, das war, glaube ich, sehr Infanterie-lastig. Ich könnte jetzt aber auch nicht sagen, ob diese Armee mit Steps oder Droidikas unterstützt wurde, keine Ahnung, sorry. Platz 2 wurde auch eine Droiden-Armee, da fand ich schön, weil man den ja immer ein bisschen verpönt. Es war eine Panzerliste, mit viel Commander, glaube ich, kann es jetzt da nicht ganz genau sagen, aber auch Cat Bane war drin, sehr interessant, weil Cat Bane ist ja so ein bisschen unbeliebt in der Szene und der hat es immerhin auch im zweiten Platz geschafft. Scheint wohl doch zu funktionieren, gerade weil man ihn vielleicht nicht so sehr auf dem Schirm hat. Glückwunsch da auf jeden Fall an den Turnier-Zweiten, an den Tim. Ja, Platz 3 war eine Rebellen-Liste, was war da so drin? Ich kann es nicht ganz genau sagen, es war auf jeden Fall Lando als Commander drin, es gab einen Partybus, den AA5 bei den Rebellen, diesen Transporter, ich glaube, da waren Wookies drin und es war ein Schneegleiter mit in der Liste. Generell war die Liste wohl relativ vielfällig mit ihren Einheiten, was es auch so schwer machte, dagegen wohl zu spielen. Auf jeden Fall war das der dritte Platz. Die restlichen platzieren könnt ihr euch vielleicht mal demnächst bei Killian einsehen, die weiß ich jetzt gerade nicht. Wir Kalsvor waren, denke ich, mit unserer Leistung mehr oder weniger zufrieden, die meisten von uns und aber an sich, man hat bei uns einfach bei uns als Spielergruppe gemerkt, deswegen Appell noch einmal ganz kurz, traut euch rauszugehen, traut euch auf fremde Turniere zu gehen, erweitert eure Bubble bei Star Wars Legion, dass ihr einfach andere Eindrücke gewinnt, wie gesagt, andere Connections knürft, vielleicht inspirieren lasst von Spielplatten, die ihr mal live sehen könnt oder Figurenumbauten oder Bemalungen und natürlich der Austausch selbst war einfach wieder schön einfach. Das ist was, was ja viele vermisst haben, ich auch und bin froh, dass wir denn gerade wieder langsam etwas bekommen. Gut, soviel zum Battlebier. Ja, was gibt es sonst eigentlich nichts. Ich fand es geil, ich werde wieder da sein und wenn euch gefällt, was ihr hier auf dem Kanal seht, würde ich mich natürlich über ein Abo freuen, über ein Like oder einen Kommentar. Ansonsten sage ich jetzt einfach mal danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Video. Ciao.